Willkommen im Zirkus der Werte! Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der L.A. und dort sind auch die Pumpen. Dahinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für L.A. rekrutiert hat. Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon? Daniel ist tot. Ermordet? Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit. Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Wisse Bestie! Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lams. Du wirst in der Falle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Wisse Bestie! Oh Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Oh 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 Elenor Lamp ist unsere Rettung, Dämon! Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen! Lass dir kein Ende sein, dass Elen hier gehört! Na warte! Widerstreckt! Gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan, was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen? Elenor ist meine Antwort. Elenor ist meine Antwort. Sie sind dein Fin ligne Ströpfe! Ich liebe Babys! Scheiße! Keine Dauer, aber wir sind noch nicht fertig! Ich liebe mich! Ja, 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 ja! Spiel endlich her! Ja, renn nur weg, du Fliegengewicht! Na los! Spiel endlich her! Du bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gateras Garden ist etwas für dich. Na los! Bleib dran! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Die Paarbindung ist ein Erfolg. Entfernt sich ein Exemplar der Alpha-Serie aus irgendeinem Grund zu weit von seiner Little Sister, kommt unsere physische Sicherung ins Spiel. Ein chemischer Auslöser, der zum Koma führt. Es ist eine symbiotische Beziehung, erzwungen durch die Pheromonstruktur des Mädchens. Das erste erfolgreiche Modell war Delta, glaube ich. Die Nähe zu der an ihn gebundenen Sister hält den Big Daddy am Leben und seine Kraft und sein Beschützerinstinkt sorgen für ihre Sicherheit. Ein Jammer, dass Dr. Suchong nicht mehr unter uns weilt, um darauf anzustoßen. Er ist eine Beziehung, um sich zu verabschieden. Ich habe eine Beziehung, um sich zu verabschieden. Er ist eine Beziehung, um sich zu verabschieden. Das war's. Soja mal, Geige. Ja, Geige spielen. Oder was, Mutter Monika? Ich konnte gar nicht mehr drauf, aber jedenfalls konnte ich das Ding spielen wie der Teufel. Sinclair, es ist mir egal, wie Sie es anstellen, dass Lamp aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Eigentlich würde ich den Kontakt zu Ihnen am liebsten ganz abbrechen. Aber erlauben Sie, dass ich mich ganz klar ausdrücke. Ich möchte es nicht mehr sehen, wie Lamp die Leute mit ihren bolschewistischen Fieberträumen infiziert. Löschen Sie jede Erinnerung an sie aus. Beerdigen Sie sie für alle Zeiten. Oh, Daddy, Daddy! Oh, ich weiß nicht mehr! Oh, ich weiß nicht mehr! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich hab so was zu verdienen! 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 Ich habe genau das richtig zu Hause gespielt. So, du hast mir was zu Hause gespielt. Komm, du bist die Flasche. Du, oder nicht? Ich habe mir deine Zahlen ausgedacht, du Scheißmaschine. Hier, geschenkt für mich. Komm, du bist die Flasche. Ich durchschaue das Gespenst. Aber Lambs Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengeheimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schild geführt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich, so wie ich, ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbenen, die eine Substanz in Lambs Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger mordeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Ich muss dorthin. Ich bin aufgeregt. Super. Ich hab jetzt den Beruf geschafft. Der wär jetzt stolz auf mich. Ich bin drauf. Das war's für heute. Oh Oh Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Frieren Sie Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr! Denken Sie in größeren Dimensionen. Werfen Sie Objekte mit höherer Geschwindigkeit, um noch mehr Schaden anzurichten. Das ist doch ein nervener Typ. Geh! Das war's. Ja, aber wie auch hier? Ketten, hier? Vielen Dank.